Hallo ihr Lieben, mein Buch Gedankensex mit einem Patrioten ist jetzt in Druck gegangen. Ich nehme Vorbestellungen an und um euch ein bisschen darauf vorzubereiten, werde ich nach dem Intro ein bisschen davon erzählen und auch eine kleine Passage vorlesen. Es wird wirklich amüsant, das kann ich euch versprechen. Was für ein Buch ist, was für ein Buch das eigentlich ist. Es ist mein allererster Roman und es ist ein autobiografischer Roman, aber es ist wie eine Explosion. Es beginnt relativ ernst, wie das in dieser Heldenreise immer so ist, wie mein Leben eigentlich völlig zusammengebrochen ist. Und dann habe ich verschiedene Sachen beim Universum bestellt. Das Buch zum Beispiel, das mir das Leben eine Geschichte liefert und das hat sie wirklich getan. Einen Mann und später noch einen Mann, aber der erste war es natürlich in meinem Herzen zumindest. Aber es gibt Irrungen und Wirrungen ohne Ende in dieser Liebesgeschichte. Es gibt hochbrisante politische Themen, die über diesen Mann gekommen sind. Es gibt eine Seelenreise, eine Anleitung zur Seelenreise und es geht um Kunst und um Heavy Metal. Und ungefähr ab einem Drittel des Buches hatten mich so die Muse geküsst, dass es total lustig geworden ist. Da könnt ihr ja auch mal auf dem Klappentext, den ich hier einblende, mal die ersten Reaktionen auch nachlesen, die die Leute da hatten. Die haben sich scheckig gelacht. Aber trotzdem immer wieder auch ernste politische Lebensweisheiten, Pferdeweisheiten dazwischen. Das Buch Gedankensex mit einem Patrioten beginnt erstmal relativ ernst, wo ich halt den Mann, den ich beim Universum bestellt habe, erstmal kennengelernt habe und wir uns eigentlich in nichts einig waren. Was ganz interessant ist, ist eben, dass der Mann mir über ein Tierwesen schon vorher angekündigt worden ist. Und deswegen beginne ich jetzt erstmal mit dem Kapitel Der Flug des Falten. In einem kurzen Moment der Selbsterkenntnis richtete sich mein Blick gen Himmel und ich sah fasziniert und aufs Tiefste berührt dabei zu, wie ein Falke seine Kreise über meinen Reitplatz zog. Dieser Falke hat mich das ganze Frühjahr und den Sommer 2022 bei meinem Unterricht begleitet, aber seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er war damals nicht jeden Tag da, aber er kam immer wieder zurück zu mir und hat mein Herz berührt, mir in Erinnerung gerufen, was ich verloren habe in den letzten Jahren. Doch jetzt ist er seit Wochen nicht mehr aufgetaucht und ich dachte, er will nichts mehr von mir wissen, weil ich zu einer verbitterten, selbstgerechten alten Frau geworden bin, die jegliche Herzenswärme verloren hat. Und das ausgerechnet mir, wo ich doch früher von Liebe und Lebensfreude nur so sprühte, hilfsbereit und fürsorglich war und wie eine Löwenmutter für die Interessen meiner Kinder gekämpft habe. Irgendwann im Laufe meines Weges hatte ich mich selbst verloren und konnte mein altes Ich einfach nicht wiederfinden. Aber ich hatte solche Sehnsucht nach diesem meinem alten Ich und das wusste der Falke über meinen Reitplatz. Er hat mich immer wieder daran erinnert, dass noch nicht alles verloren ist und ich mich wiederfinden kann, wenn ich es denn wirklich will. Der Falke war ein erster Hinweis auf ein Tierwesen, das schon bald in mein Leben treten sollte. Ein Tierwesen, das mich auf der einen Seite magisch anzog und auf der anderen Seite zutiefst abstieß. Sag es mit Onkelsongs. Du stehst für alles, was ich nicht will. Aus dem Lied, wer nichts wagt, kann nichts verlieren. Die Onkels begleiten uns das ganze Buch durch, weil eigentlich haben die zu jedem Thema auch irgendeinen Song geschrieben. Und es geht ja in dem Buch auch um Widerstand und da, finde ich, ist die Band ganz vorne dabei. Aber weiter im Text. Trotzdem war ich von der ersten Sekunde an in ihn verliebt, was kein Wunder ist, denn was ich an ihm ablehnte, lehnte ich auch an mir selbst ab. Was ich an ihm schätzte, das waren auch meine Stärken, wenn auch zuweilen in Form der Kehrseite der Medaille. Mit jedem Tag, an dem ich ihn näher kennenlernte, wurde mir bewusster, dass er mein Falke war. Ein Tierwesen in Menschengestalt, der eine eben solche Verbindung zu Tieren hat wie ich. Erneut als Kehrseite der Medaille. Er ist Veganer, um die Tiere aus der Massentierhaltung zu retten. Und ich war so dumm, eine Zeit lang zu glauben, dass die Massentierhaltung beendet wird, wenn man Parteimitglied der Grünen wird. So schlau, wie ich immer wieder denke zu sein, bin ich anscheinend doch nicht. Da ich zu Beginn mein Tierwesen mit inneren Vorwürfen, auch gegen mich selbst, überhäufte, die ich nicht wagte auszusprechen, für die ich mich aber trotzdem immer wieder bei ihm entschuldigte, wundert es mich nicht, dass er einmal zu mir sagte, ich habe dir doch auch nicht vorgeworfen, dass du mal bei den Grünen warst. Sein Name ist Falke und weil immer wieder der Falke über meinem Reitplatz seine Kreise zog, konnte das einfach kein Zufall sein. Diese meine Bestellung ans Universum ließ mich die zum Teil sehr verletzenden Äußerungen ertragen, von denen ich in diesem Buch berichten werde, die aber mit der Zeit immer öfter von viel Einfühlungsvermögen und guten Taten abgemildert oder gar ersetzt wurden. Es ist ein Bericht über eine Zeit, in der ich im permanenten Streit mit mir selbst lag. Er ist es, er ist es nicht. Ich hätte ganze Wiesen von Gänseblümchen zerstören können, mit dem Abpflücken ihrer Blütenblätter. Ich fühlte mich zwar von der ersten Sekunde an magisch zu Falke hingezogen, habe mich aber zeitgleich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Unsere allererste Begegnung habe ich sogar bis auf den Moment, in dem er mir seinen Namen sagte und mir eine Begebenheit aus seinem Leben erzählte, völlig verdrängt. Ich habe eine Geschichte konstruiert, um den, den ich bestellt habe, wieder loszuwerden und mir eingeredet, er wäre ein V-Mann des Verfassungsschutzes, der versucht, mich auszuhorchen, weil ich ja das Aufklärungsbuch Corona und andere Verbrechen veröffentlicht habe. Wegen meiner blühenden Fantasie bin ich nach dieser ersten Begegnung monatelang nicht zu diesem rotierenden Treff gegangen, weil etwas in mir Nein, Nein, Nein brüllte. Aber ich wusste nicht, was ich so unerträglich fand. Ich ahnte wohl, dass etwas auf mich zukommen wird, was mich durch meine eigene innere Hölle gehen lässt und mich bis in meine Grundfesten erschüttern würde. Diese Ahnung hat mich jedenfalls monatelang davon abgehalten, auszugehen und ich hatte auch kein Bedürfnis, woanders hinzugehen, um Menschen zu treffen. Entweder zu diesem Treff oder gar kein Treff. Da blieb ich konsequent. Für Falco beginnt die Geschichte mit dem ersten Mal, wo wir uns begegnet sind, weil unsere Gespräche ihm gezeigt haben, dass ich vom Bewusstsein weiter fortgeschritten sei, als alle anderen bei diesem Treffpunkt, so schrieb er mir später. Bei mir beginnt die Geschichte mit dem zweiten Treffen und da stand er wieder genauso vor mir wie beim allerersten Mal, an das ich mich bis heute nur rudimentär erinnern kann, weil ich es wohl verdrängt habe. Eines der Fragmente kam erst hoch, als ich Wochen später seine Telefonnummer in meinem Handy abspeichern wollte und merkte, hä, die ist ja schon da. Plötzlich hatte ich den Moment vor Augen, in dem er mir seine Nummer gegeben hat. Aber warum hat er das getan? Und dann sah ich, dass die Nummer, die mir Telegram Monate später anzeigte, gar nicht identisch war mit der Nummer, die bereits abgespeichert war. Die hatte nämlich die Vorwahl 49, die es in unserer Gegend gar nicht gibt. Und ich dachte, ich habe es doch gewusst. Er ist ein V-Mann, der mir ans Leder will, um meine journalistische Aufklärung in Zeiten von Corona über irgendein finsteres Geheimnis über mich zu zerstören. Manchmal habe ich ja eine blühende Fantasie. Vollkommen durchgeknallt, denn ich hatte nichts weiter getan, als die deutsche Ländervorwahl, die das iPhone automatisch vorgibt, ein zweites Mal einzugeben. Wie peinlich. Und es wird, weiß Gott, nicht der letzte peinliche Moment sein, von dem ich euch berichte. Es ist die Geschichte einer Seelenreise, bei der mich Falko nicht nur begleitet hat, sondern wo er jedes einzelne Mal den richtigen Impuls gegeben hat, damit ich endlich, endlich herausfinden kann, warum ich so viel Gift und Galle spucke, nicht mehr zuhören kann und jeden, der mein Freund oder meine Freundin sein will, mit aller Macht von mir stoße. Wir spritzen Gift und kotzen Galle, ist schon wieder so ein Text der Onkels, der den Nagel auf meinen Kopf trifft. Ich brauchte damals Falkos Impulse in mein Innerstes fast genauso wie die Luft zum Atmen. In etwa bis zur Mitte der Reise ins eigene Ich, wo ich ihm mitten in der Nacht einen stummen Schrei per Gedankenkraft sandte, Falko, ich brauche dich, bitte hilf mir. Und tatsächlich kam er wenige Minuten später auf Telegram zu mir, weswegen ich das Buch Nacht des Falken in Anlehnung an den Film Tag des Falken nennen wollte. Aber diesen Titel gibt es schon und da könnte es Probleme mit dem Urheberrecht geben. Als er mir in dieser Nacht auf Telegram schrieb, meinte ich zu erkennen, dass der Verlust meines Sohnes mein Unglück auslöste, dachte ich zumindest, denn natürlich stellte sich am Ende der Reise ins Innere selbst heraus, dass es schlimmer war, viel schlimmer. In dieser Nacht des Gedankensecks, wo er sich mir ebenfalls öffnete, um mir zu verstehen zu geben, was mit meinem Sohn passiert, gab er mir einen weiteren entscheidenden Hinweis. Was ist so schlimm daran, sich von Gott leiten zu lassen? Und daher tat ich fortan genau das und dann brauchte ich ihn gar nicht mehr, um Hinweise auf das ursprüngliche Trauma zu finden. Zuerst wollte ich aus der Seelenreise kein Buch, sondern ein kanalübergreifendes YouTube-Projekt machen, wobei in jedem Kanal ein Video beziehungsweise Livestream zu einem anderen Aspekt der Seelenreise läuft. Als einige Tage später das Hunde-Video, ich tue es euch in die Infobox, dran war, habe ich auf Telegram mit Falco getextet. Es wurde immer später, der reguläre Sendetermin rückte immer näher, so dass ich aus Versehen Zeitmangel manifestiert habe. Es geht in dem Buch nämlich auch ums Gesetz der Anziehung, aber alles kann ich euch natürlich auch nicht vorlesen. Gedanken werden ja immer Dinge, ob man will oder nicht. Es ist halt nicht immer leicht, sie zu kontrollieren. Kein Wunder, dass das Universum diese Antwort gab. Wenn du Zeitmangel willst, den kann ich dir geben. Ich hätte ja auch einfach einen Livestream machen können, aber die Idee kam mir nicht. Hätte ja auch nicht der Bestellung entsprochen. Also dachte ich, komm, mach schnell ein einminütiges Short-Video. Das kannst du direkt vom Handy aus auf YouTube hochladen. Aber Pustekuchen. Es ging so schnell und schon war es zwei Minuten lang. Aber immer noch im Hochformat. Ich hätte fluchen können. Jetzt musste ich doch ein Video schneiden und das musste Querformat sein. Ich war überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis und habe das Video nirgendwo in Social Media geteilt. Aber es kam trotzdem relativ gut an. Jedenfalls besser als viele Videos, in die ich eine Menge Schneiderarbeit investiert hatte. Und es wurden Fragen gestellt, wie man solche Reisen in die unverarbeiteten Traumata denn beginnen kann. Da gibt es mehrere Herangehensweisen und die könnt ihr im Buch halt nachlesen. Eine Anleitung zur Seelenreise. Und ich werde hier vielleicht einmal im Monat immer ein bisschen vom Buch vorlesen, was diese Seelenreise betrifft. Und in meinen anderen Kanälen, es kommt ja im Buch wirklich alles vor. Es hat insgesamt 15 Erzähl-Ebenen. Wir haben einerseits diese Liebesgeschichte, aber es geht natürlich auch um Widerstand. Es geht ums Gesetz der Anziehung, wie erwähnt. Es geht halt um diese Seelenreise ins eigene Ich. Und es geht halt um viele, viele hochbrisante politische Themen, die ich dann in meinem Kanal Nikola Steiner Journalist euch vorstelle. Im Kanal Nikola Steiner Horsemanship da gibt es natürlich die Themen des Buches, wo es um Pferde geht. Also das sind einerseits Trainingstipps, aber andererseits sind die teilweise so lustig, weil ich das eben auch als Geschichte erzähle. Und da gibt es einen Haflinger, der heißt Rinaldo in meinem Kundenkreis. Und da werde ich halt vor allem im Mitgliederbereich von Nikola Steiner Horsemanship berichten. Und ein paar Hundetipps haben wir auch. Und das ist halt im Kanal Nikola Steiner Hundeschule. Weil in dem Video aber so hochbrisante politische Themen sind, kann ich das nicht über einen Verlag vermarkten, weil die würden das ja alles gleich rausschmeißen. Also da sind Themen drin, da glaubt ihr nicht, dass es die gibt. Also selbst ich als Journalistin war vollkommen von den Socken, was der Falco mir da alles so erzählt hat. Und er hat eben auch sogenannte F-Drops beigesteuert. Also es ist wirklich wie tausend und eine Nacht. und diese Sachen werde ich natürlich nicht auf YouTube veröffentlichen, weil dann, glaube ich, werden die Kanäle direkt gesperrt. Aber es ist spannend, das kann ich euch versprechen. Und deswegen bitte ich euch, bitte erzählt allen Leuten von dem Buch, die ihr kennt. Es ist wirklich, wirklich lustig. Lest auch mal hinten auf dem Klappentext, was da andere Leser zu gesagt haben. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, könnt ihr das bei mir schon bestellen. Die E-Mail-Adresse tue ich euch unten in die Videobeschreibung. Und dann schreibt ihr mir eine E-Mail, bekommt eine E-Mail zurück über die Kosten. Also zum Beispiel könnt ihr ja auch noch die anderen Bücher von mir, die Pferdebücher, also vor allem die Pferdemafia halt, die habe ich noch da, Corona und andere Verbrechen und die Lüge vom Sozialstaat bestellen. Wobei Corona und andere Verbrechen verkaufe ich jetzt schon für 10 Euro. Das ist immer noch billiger als im Online-Handel, aber für 5 Euro ist das wirtschaftlich einfach nicht machbar. Das habe ich am Anfang gemacht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Leseprobe gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und tut mir einen Gefallen, macht viel Werbung für das Buch, weil ich das ja nicht über einen Verlag verlegen kann, weil es so hoch brisant ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö! Tschö!